Hallo und herzlich willkommen hier ist Craigner aus TV und ich begrüße euch heute zu einem neuen Video von mir diesmal ist es ein Adventure Map ich entschuldige mich wenn es manchmal laggt oder was auch immer ich bin noch am Rendern der zweiten Folge meines Let's Plays und ja wir sind wir spielen jetzt Toy Story 2 vom Wartet mal vom Pitch Blacks das ist ein Polo und ja was steht da drauf das ist ja cool gemacht ah ok jump here ok introduction introduction welcome to Toy Story 2 you are no endis house creator of this map is Pitch Blacks from Poland show you this is an adventure map and it it is still updating downloaded package contains wax pubd craft textures and for people's of that map I hope I hope you turn them on let's start the party across the map you will find many quests which gives you a lot of points and pizza planet tokens ppt are valuable ppt are valuable or so kei plan ich bin nicht so ich kann auch nicht so richtig englisch so because each of them have have a value of five points ok in each room rex the dinosaur is waiting for you with the new quest always go to him first listen to this introduction and you'll never be lost now go down take your inventory ok rules rules are very simple don't destroy any besides coins bla bla that you that you must destroy to pick them up up for introductions you'll never get lost that's all enjoy my wall not for the book youtube if you're doing let's place on youtube please let me know I'll at you move movie to my official playlist on picture logia blablabla ok da kann man hier nicht kennen da genau nicht liebred ok dann kann ich das jetzt mal weg und vier ich hoffe ihr könnt englisch und wenn nicht dann nicht wo muss ich jetzt lang das ist jetzt schon dritte da ist nix gut dann würde ich mal sagen man geht hier runter und wir gehen dann zum Dinosaurier ok nehme ich jetzt mal das ganze Steak mit das ist hoch 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 so wie ich das so behalten 20 Stück ok so ich bin immer noch das schwer mit halber aus ok hi hi i see you want to play ok then listen to me the whole the house is filling not only with quests but with monsters too go quickly to the andy's to the andy's room and i tell you more about your first quest come on hektik he was ist ein zent 2 E. ok das ist ich jetzt noch nicht die das kann man nicht schauen okay was ist denn hier ok ob griffin muss auch die die ist so schon die Regeln festgestellt und da wäre auch schon und dann erst Punkt mit dem Schwein ich finde es ist nicht mehr den Erkunden und das Geld Prozent den einen Pläten es gibt Prozent zu Prozent und der Haus Prozent 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 blau-blau-schlubberstuh Prozent Prozent und und dort eiter wo jetzt nicht verarschen steht durch story ich muss mal 1 will er nicht lernen Naja, wir haben schon über 6 Minuten über den Scheiß gebraucht, um erstmal das vorzulegen. Ah, jetzt sind wir hier in Andy's Room. Was steht da? Jump on the desk quickly. Okay. Kommen wir denn da hin? Hm. Hm, vielleicht sollte man hier rein, okay, hier ist ein Coin, irgendwie, warte mal kurz, ich gehe mal kurz die, äh, Regeln ändern, weil ich da irgendwas falsch gemacht habe. Oh, das wäre mir hinterher. Das ist ein bisschen, da ist auch schon Coin. Ich habe zwei Coins aufgesammelt. Ich mache einfach alles on, zack, zack, zack. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren, und ja, so, und da, warte mal, DJ, die ich mir eben, ähm, ich hatte nämlich ein paar mehr, wo sind sie denn? Dann, Leather, Slimeball, okay. Die sind, glaube ich, bei Deku. Nee, keine Skeletons, Skulls. Sondern Wither Skulls. Da. Okay, das sind auch Coins. So, da gehen wir jetzt auch schon weiter. Und ja, dann versuchen wir mal auf gut Glück hier zu betteln. Ganz jetzt, warte, ne, der muss ab. Das war jetzt ein cooles Erlebnis aber, naja. Daumen sind. Ja. Ja, da sind, Skull. Zack, mich mal schön ausleuchten. Ach, da haben wir schon, ... ... das ist mit dem Skoda hin das ist schon das müssen wir dürfen müssen hier hin und die hier die Leiter hier hoch das war das wir müssen jetzt zum Dinosaurier müssen wir hin also müssen wir hier runter und da ist schon der nächste Coin und das ist ja noch eine die 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 das ist ja mal cool gemacht mit den Textur und das ist dann so ein Kopf Kompliment an diesen m Tick to pick here still all of your mom on this first what from point combo finally you came doppel punkt klammer zu can I wait for you let's be careful in each room there are quest that you must complete to go to the next room if you miss one of them you can lost your first task task go to the crib and find first of the key you will find their next quest to go 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 and one more thing if you want to change time to morning just press a little button on my neck I I I I und das ist die Kruppe wie kommt man da hoch und jetzt zieht man meine Sachen aus und Nö 0 Rostinger aussieht Laserstrahlen wo sind denn die gebrauchten Schuhe da sind die gebrauchten Schuhe und wo muss ich jetzt hin ich glaube ich muss da wieder hoch zack Tür zu und dann würde ich mal sagen die erste Folge ist auch schon vorbei wenn ich hier oben bin Prozent dann bedanke ich mich dass ihr zugeschaut habt Prozent gibt mir eine Posi-Bewertung oder auch ein Dislike aber dann bitte auch mit Begründung um ja abonniert kommentiert was auch immer ist mir egal um ich gehe jetzt hier noch mal runter und dann sag ich mal mal ne wartet ich gehe jetzt noch hier hin und stell mich vor diesen Schweine hin direkt ins Arschloch und dann sag ich mal tschüss euer Crackenhaus TV das war das war ist ein das war hat dann wir hier zum Untertitelung des ZDF, 2020